Hallo mein Name ist Ferien, meine lieben Freunde, wir gucken heute wie viel mein Account ungefähr wert ist, ja, und wir fangen auch direkt an. Ihr seht, Karl ist nicht mein Lieblingsdrauma, Feier ist stupid, irgendwie auch ein Faken, und wir gehen jetzt etwa in Nemo's Club. Kristina Brysson, í neðin vissu mennum hiðst með með sleppið þetta. Lólaus, viðjum í þess að nema Okkavegur. Ví, horf mér fann að við hafði enn. Jón, þá er þess að byggja á enn. Við erum hérna að ofna og við staðjum okkar. Eða skam fyrir hann án. Und der erste Bild ist der Höldenskosnur, Finkerväifer, Killefesslitz, Fisklitz-Bereitungsbehörer. Wer freitest ihn ein fünnig gætast um Oktoberfneng, werde ich auch noch anstrengen. Das ist das Kulteiklitz. 28. Das ist ja. Verrettet sich die Bödenkontakt. Der nächste Film Faraótis feier ich oft nö, dafür, was Dóhortaskin war, und Dóhortaskin aftröndte Dóhildingin. Und die Renguweina war für das Verlíben. Die Renguweina war für das Verlíben, der kostlos war, und dann war es geil. Die Renguweina war für das Verlíben, und die Renguweina war für das Verlíben. Hier kommt es zu meiner Meinung der besten Sorte mit der ... ... der Renguweina Foko Leute. Ich kenne es also ... ... ach, von denen er ist, das ist doch egal. Wir kommen zu einem meiner Lieblingssorte mit Karl Morse mit Meckermord. Ja. Der nächste Brawl Stars Game ist ... ... der Kettensinger Buster, den ich so euren Frau mit damals gepuscht habe. Ja, das ist ein geiles Game, den ich so versuchte. Und, und jetzt kommt es zu einer ... ... der beste Gruppe richtig, in meiner Meinung ... ... und mit Magma Mandy. Ja, Magma Mandy ist so gut. Ich kann Mandy auch damals ganz ganz gepuscht haben. Wie bitte, ich will alles gut dabei, der im Sonntag habe ich auch nicht. Deswegen, ich habe so ein paar wieder gepuscht. Ich zeige ich euch am Ende des Videos. Jetzt kommen wir zu einem Brawl, den VAL-Stil. Ich habe mit Colt. Da habe ich einmal den Halt an Colt, den ich auch cool bin. Der ich krieg mir ... ... wie auch ... ... eine 7,5 Runde. Und der ich krieg mir 4 Vorstellungen. Jetzt kommen wir zu meinem Pokalrekordverbind. Wer weiß ... ... also ... ... die 6. Mal beschaust 1,5 Pokalen. Ich habe heute ... ... deshalb habe ich dann 400 Pokale gepuscht. Ja, das ist schon geil. Mein Name ist Osku. ... und die Loppen. ... und die Loppen. Die Loppen. Wir haben den nächsten Loppen. Wir sehen uns sechs Loppen. Und jetzt trage ich euch die Loppen. Die Loppen. Und dann ist einmal Lief. Die Loppen. Die Loppen. Sieg geben uns dann auch die Flöten in her apt. Sieg die Loppen. Sieg er auf dem Weg und das Abason, auf dem Weg und die Abándung. Sieg er amлуч. Sieg war vor. Sieg er auf dem Weg für den Nils und von Astri. Sieg ausein! Sieg er, in den Neukau. Sieg er doch ein Mann und die Hristi. Sieg er herausgefährst um einleik. Sieg er sehr firm von Haden? Sieg er Cheryl als Wörn. Fertig ein kommentaris, abtús amúr, eftir Lidlísa. Fyrir Demi, kann ich anfern? Dimi, bendu dich bitte noch mal ein kommentar. Yvergastung, yverlegist du doch. Aber er. Ja, ja. das ist dann noch schönes ja eigentlich nicht das muss man nicht nachkommen das wird noch nicht manche das ist ja das Ding ist ja was macht man nicht über die Marble oder auch vielleicht sogar oder die Welt der wird auch mal rein mag aber ja Leute das ist auch mal den Video gewesen dann lasst ein Like und Abo da und ciao ciao so ich würde meinen Account auf 100 Euro Gott rein wie ihr jedenfalls will und jetzt auch ciao ciao